Der Schaufler-Kommissar findet sich in den Schaufler-Schreck-Klippen direkt am Dungeon-Umarmung der Betrübnis. Wir verlassen dann hier die Höhle Richtung Süden. Und gehen einmal rund um den Bottich. Wir müssen hier nur auf die roten Kreise aufpassen, weil die, wenn man in eine Serie kommt, ziemlich unangenehm werden können. Hier im Bereich läuft der Kommissar immer herum. Es gibt zwei, ich glaube zwei Pre-Quests, die irgendwie auch schon ein bisschen weiter weg anfangen. Der Schatten-B-Mod ist da, aber das Event startet zu häufig. Da brauchen wir uns eigentlich kaum drum zu kümmern. Man sollte ihn nach Möglichkeit nicht alleine angreifen, weil es wahnsinnig lange dauern würde. Und er heilt sich, glaube ich, zwischendurch auch nochmal, sodass man alleine eigentlich kaum eine Chance hat. Zumal er auch noch ein paar Gegner spawnt und auch so nicht gerade wenig Schaden macht. Aber ich verlasse mich hier gerade darauf, dass ich innerhalb kürzester Zeit Verstärkung bekomme. Das war's für mich. Oh, jawProdu Retreat! User into your channel. Save yourself! I can't see it. Nothing can bring me down. I can't see it. I can't see it. I can't see it. Turn out the heat! Get out of here! Safe from now. Retreat! Man kann den Gegner in einen ziemlich großen Bereich legen. Die Kiste spawnt aber immer an ein und derselben Stelle. Deswegen müssen wir da jetzt erstmal wieder hinlaufen. Und zwar ist es auf dieser Anhöhe rechts in diesem kleinen Raum, der sonst normalerweise verschlossen ist. White Batsch.